Led und X27, Estens, Überraschung. Renata Lusin auf das Tanzparkett zurück. Renata Lusin, 35, gehört seit 2018 zum Profidenser, Innenensemble von Let's Dance und hat sich seitdem in die Herzen der Zuschauer, innen getanzt. Auch in diesem Jahr sollte die Ehefrau von Valentin Lusin, 36, auf dem Tanzparkett stehen. Doch dann kam alles anders. Zunächst verkündete die 35-Jährige ihre Schwangerschaft. Musste ihren Fans aber schon kurz darauf eine schreckliche Nachricht mitteilen, sie hat eine Fehlgeburt erlitten. Ihren Liebsten unterstützte sie dennoch fleißig in den Live-Shows, half sogar beim Tanztraining aus und probte mit Sharon Batiste. 31, als Valentin krankheitsbedingt pausieren musste. Jetzt tritt Renata Lusin endlich wieder in der Show auf. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Profidenserin. Die 2021 den Sieg mit Ruri Gislason, 35, holte, im Sportoutfit bei den Proben vor der Bühne und will von ihren Fans wissen, tanze ich etwa im Opening mit? Das verrät die Tanzsporttrainerin nicht. Eins ist aber gewiss, sie wird definitiv Teil der Show am 14. April sein. Ich freue mich wieder so sehr auf dem Parkett zu sein, lässt sie ihre Community wissen. Motsi Mabuse, 42, ist nicht nur in der deutschen Ausgabe von Let's Dance ein Star. Seit August 2019 sitzt die Tänzerin außerdem in der Jury der britischen Originalsendung Strictly Come Dancing. Diese Teilnahme brachte Motsi ein echtes Privileg ein, da König Charles, 74, der selbst ein leidenschaftlicher Tänzer ist. Und seine Camilla, 75, große Fans von Motsi sind, diese aber bereits mehrere Einladungen in den Buckingham Palace aus terminlichen Gründen ausschlagen musste. Bestand das Paar darauf, sie beim Staatsbankett im Schloss Bellevue dabei zu haben. Und die gebürtige Südafrikanerin scheint dabei ganz besonders Eindruck gemacht zu haben. Denn auch bei Charles' Krönung am 6. Mai wird sie dabei sein. Jetzt ist auch klar, welche Aufgabe der Jurorin zuteil wird, Motsi Mabuse darf mit britischen Prominenten einen Kurkasten, der anlässlich des königlichen Festakts auftritt. Wie Bild erfahren haben will, soll die 42-Jährige gemeinsam mit britischen Sänger, Innen- und Schauspieler, Innen im Rahmen des BBC-Formats Sing for the King 300 Künstler, Innen auswählen, die zum Auftakt der Zeremonie vor dem König auftreten. Motsi fungiert dabei in ihrer gewohnten Rolle als Coach und Jurorin. Diese königliche Mission dürfte für den letzten Star nach dem Staatsbankett das nächste royale Highlight werden. Die Osterpause ist vorbei und die Letztenz-Promis müssen in ihre alte Stärke zurückfinden. Der Druck ist größer denn je, denn in Folge 7, am 14. April 2023, müssen gleich zwei Tanzpaare die Show verlassen. Eine Promi-Dame, die nicht zittern dürfte, ist Anna Emakova, 23, die Tochter von Boris Becker. 55, verzaubert Jury und Zuschauer, innen seit der ersten Folge gleichermaßen. In der siebten Sendung könnte die junge Frau nun schon Geschichte schreiben. Grund dafür sind die Nachwehen des Letztenz-Partnertauschs. Anna Emakova hat sich in der Partnertauschfolge dank der Regeländerung einen Bonuspunkt gesichert, der auf ihre Leistung in der siebten Entscheidungsshow addiert wird. Bei 30 Punkten für ihren Solo-Tanz mit Valentin Lusin. 35, wäre sie bei 31 Punkten. Doch das ist noch nicht alles. Hinzu kommen die Jury-Tänze. Die Kandidat, innen werden in Kleingruppen einen Tanz mit einem der drei Juroren einstudieren. Der ebenfalls bewertet wird. Hier könnte Emakova zusätzliche 10 Punkte verdienen. Womit sie am Ende bei 41 Zählern stünde. Zuschauer, innen kennen Joachim Lambi, 58, als strengen Chefjuror bei Letztenz. Mit seinen unverblümten Bewertungen über die Promis eckt er nicht nur im Publikum an, das seine wenigen Punkte mit Burufen quittiert, sondern zieht auch regelmäßig den Unmut der User, innen im Netz auf sich. Doch der ehemalige Turniertänzer kann auch anders. Im Letztenz-Oster-Special 15 Jahre Letztenz-Tänze. Bilder, Emotionen blickte der Juro auf die Anfänge der Show zurück und kam besonders bei einem Kandidaten ins Schwarmen. In allen bisherigen 16 Staffeln beeindruckte Alexander Klafs, 39, Joachim Lambi am meisten. Du weißt, ich war immer ein sehr großer Befürworter deiner Kunst, verkündete der Chefjuror per Videobotschaft. Du hast uns vom ersten Moment an verzaubert, du hast uns mit deinen Leistungen gezeigt. Wie man tanzen muss. Es war immer authentisch, immer rhythmisch, immer technisch gut. Du bist in meinen Augen bis zur letzten Staffel der beste Letztenz-Kandidat. Erklärte er dem Letztenz-Gewinner der siebten Staffel. Der 39-Jährige zeigte sich geschmeichelt. Wenn man etwas schafft, worüber man Jahre später noch spricht, dann hat man nicht allzu viel verkehrt gemacht, freute sich Klafs. Bevor das harte Training weitergeht, erlaubt sich Anna Emakova, 23, gemeinsam mit ihrer Mutter Angela Emakova. 55, einen kurzen Urlaub am Meer. Via Instagram teilt sie ein paar schöne Aufnahmen ihrer Pause und wünscht ihren Follower, innen dabei noch ein wundervolles Osterfest. Zu den Fotos schreibt das Model, frohe Ostern ihr Lieben. Wünsche allen einen wunderschönen Tag mit ihrem Liebsten. Beim Sonne tanken und ausspannen macht sich die 23-Jährige für die Proben nach der Osterpause bereit. Auch ihren Fans scheinen die Fotos sichtlich zu gefallen und alle haben nur Augen für die ihre wundervolle Ausstrahlung sowie die sportliche Figur. Anna Emakova hat sich bereits eine große Fangemeinde aufgebaut, die ihre Begeisterung für sie deutlich zum Ausdruck bringt. So finden sich in den Kommentaren neben vielen Herzen auch Worte wie, Du bist so mega hübsch und so eine sympathische liebe Frau. Mit dieser positiven Energie kann das Training kommen. Sie haben eine Sendung verpasst. Alle Let's Dance Infos können Sie in unserem News-Ticker nachlesen. Verwendete Quellen, Instagram.com, RTL, Bilde. Die Sendung verpasst. Alle Let's Dance Infos können Sie in unserem News-Ticker nachlesen. Alle Let's Dance Infos können Sie in unserem News-Ticker nachlesen. Vielen Dank.